Hallo Leute, ich heiße Kaito, also hier war der deutsch sprecher auf German time. So heute, ich bin um zehn uhr aufgestanden, heute war es wirklich. Ich habe heißes Wasser mit Essig getrunken, ich habe Okonomiyaki gegessen. Und dann bin ich ins Kino gegangen, um Spider-Man zu schauen und dann bin ich ins Kino gegangen, um Spider-Man zu schauen. Ich habe ihn auf Deutsch geschaut, aber ich habe die Story nicht verstanden. So. Ich habe nach dem Film geweint. Ja, er war sehr gut. Ja, ich soll ihn nochmal schauen. So, ja, ich empfehle dir, Spider-Man. So, ja, Spider-Man ist doch guter Film. Ja, das war's. Tschüss. So. 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 Bis zum nächsten Mal.